Die Zoom-Statistik 2020. Und da kann ich nur mal so einen kleinen Einblick geben. Wir hatten insgesamt 540.000 Meeting-Minuten bei ZBMED. Hallo zusammen, mein Name ist Elke Rösner. Ich bin die Marketingleiterin von ZBMED. Und wir befinden uns hier im News-Kanal von ZBMED. Und normalerweise sitzt Ulrike Oztrinsky an dieser Stelle. Aber wir haben heute mal verteilte Rollen. Und zwar aus gutem Grund. Denn es geht um den neuen Jahresbericht. Aber erst mal hallo, Ulrike. Hallo, Elke. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute mal in einer anderen Rolle hier bin. Die Printausgabe des Jahresberichts ist gerade erschienen. Dein Werk. Zeig uns das gute Stück doch einmal. Ja, hier ist er. Und wie jedes Jahr bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Bis ich den ausgedruckten Jahresbericht endlich in den Händen halte. Denn natürlich steckt da ganz viel Arbeit und Herzblut und Liebe drin, bis es soweit ist. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn dann endlich habe. Und er gefällt mir auch jedes Jahr ziemlich gut. Das Design ist so wie immer. Dieses Jahr gibt es allerdings einen Unterschied. Denn das Bildmaterial unterscheidet sich doch sehr. Denn wir haben extrem viele Menschen mit Masken abgebildet und Bilder von irgendwelchen Videokonferenzen. Und kannst du uns einen kurzen Überblick über die Schwerpunkte geben? Was sind die Highlight-Themen aus? Was sind die wichtigsten Themen in diesem Jahresbericht? Ja, ein ganz wichtiges Thema ist die neue ZB-Med-Strategie. Miriam Albers hat einen Bericht über die Entstehung geschrieben, wie wir zu der neuen Gesamtstrategie von ZB-Med und dem Bielefelder Institut für Bioinformatik-Infrastruktur gekommen sind. Und gibt auch so ein bisschen Blicke hinter die Kulissen. Ganz spannend. Ein weiterer Schwerpunkt ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Denn das ist für ZB-Med einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sind ja insgesamt an vier Konsortien beteiligt. Im letzten Jahr haben wir den Zuschlag bekommen für NFD4Health. Da sind wir konsortial führend mit Juliane Fluck. Dieses Jahr entscheidet sich die Zukunft von zwei weiteren Konsortien. Und da kann ich schon einen Vorblick geben, den wir im Jahresbericht noch nicht hatten. Denn wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass sowohl das Konsortium NFD4Microbiota als auch das Konsortium NFD4DataScience vom Gutachtergremium zur Förderung vorgeschlagen sind. Da freuen wir uns natürlich total drüber. Die Entscheidung fällt dann im Juli von der GWK. Und was ist mit Covid-19? Ja, das ist natürlich ein Thema, was in keinem Jahresbericht 2020 fehlen wird. Und genau so ist es bei uns auch. Und das weißt du natürlich am allerbesten, Elke, denn du hast ja den Bericht geschrieben. Da geht es einerseits um die ganzen organisatorischen Sachen, die bei ZB-Med anstanden und andererseits um die Entstehung des ZB-Med-Covid-19-Hub. Ja, und jetzt mal ganz persönlich, was sind deine wichtigsten Themen? Was sind deine Highlights, die du besonders gerne magst? Da muss ich gar nicht lange überlegen. Jedes Jahr ist mein persönliches Highlight die Rubrik 11 Fragen. Da haben wir ja schon für den Jahresbericht 2018 einen Fragebogen entwickelt, in Anlehnung an den wahrscheinlich bekanntesten Fragebogen überhaupt von Marcel Prost, aber angepasst auf ZB-Med. Und das ist wieder wirklich sehr lesenswert. Und dann haben wir einen ganz besonderen Funfact eingebaut, nämlich die Zoom-Statistik 2020. Und da kann ich nur mal so einen kleinen Einblick geben. Wir hatten insgesamt 540.000 Meeting-Minuten bei ZB-Med. Das sind über 9.000 Stunden und 375 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Und das alles in neun Monaten. Alles klar, wunderbar. Das klingt total spannend. Ich kenne ihn auch. Er ist wirklich großartig geworden. Ich finde ihn sehr schön. Vielen Dank, Ulrike, für die ganze Arbeit an der Stelle. Aber vielleicht sollten wir den Zuschauenden noch verraten, wo es den Jahresbericht denn auch gibt. Ja, zum Download finden Sie den Jahresbericht natürlich auf unserer ZB-Med-Website. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und wer gerne das gute Stück in dieser schönen, ausgedruckten Version haben möchte, kann uns einfach eine E-Mail an pressestelle.zb-med.de schreiben. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Und dann schicken wir Ihnen den Jahresbericht zu. Ja, vielen Dank. Dann sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auch von meiner Seite.